Borderline und BDSM, eine hochbrisante Kombination. In diesem Video zeige ich dir auf, warum es absolut wichtig ist, jegliche BDSM-Praktiken sein zu lassen und wie gerade Menschen mit Borderline ganz offen innerhalb der BDSM-Szene als leichtes Sexopfer oder Partner gehandelt werden. Dieses Video mache ich für Menschen mit einer Borderline-Störung, die gewillt sind, wirklich an sich zu arbeiten. Ich weiß, dass solche Themenvideos immer wieder Trigger sind für Menschen, die sich in der BDSM-Szene befinden, die natürlich abwehren wollen, jegliche Kritik an ihrer eigenen Sexualität abwehren wollen. Aber nochmal, dieses Video ist ein Video für von Borderline-Betroffene, die wirklich an sich arbeiten wollen und nicht einfach nur für irgendwelche Randoms aus der BDSM-Szene, die gar nicht an sich arbeiten wollen. Das nur als kleiner Disclaimer am Anfang. Ja, Borderline-Persönlichkeitsstörung und BDSM, das ist eine sehr häufige Kombination. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Fachliteratur, hier zum Beispiel von Otto Kernberg, ganz offen beschrieben finden, dass Menschen mit Borderline sehr, sehr häufig in die BDSM-Szene gehen, sadomadochistische Praktiken in der Sexualität bevorzugen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das nicht einfach nur eine Kleinigkeit ist, sondern sich tatsächlich sehr, sehr negativ auf das eigene Leben auswirken kann und wird. Insbesondere dann, wenn man an sich selber arbeiten möchte, wenn man eine Therapie macht, wenn man auch die gesamte Kiste Borderline hinter sich lassen möchte. Ja, warum ist das so? Natürlich, Menschen mit einer Borderline-Störung neigen zu selbstverletzendem Verhalten, zu selbstschädigendem Verhalten und wir müssen ganz ehrlich sein, dass die allermeisten Menschen mit einer Borderline-Störung BDSM ausführen werden, um, ja, stellvertretend, anstatt sich vielleicht selber oder nur selber zu verletzen, sich durch andere verletzen zu lassen, egal ob in körperlicher Art und Weise oder psychologisch. Es ist natürlich klar, dass selbstverletzende Verhaltensweisen bei Borderline gestrichen werden sollten. Natürlich, wo hat man es gehört, dass sich immer und immer weiter selber zu verletzen, in irgendeiner Weise gut wäre, Borderline hinter sich zu lassen. Natürlich gehört, solche Praktiken zu beenden, dazu auch Borderline zu überwinden. Und da sollten wir uns nicht selber betrügen und uns einfach einen Stellvertreter suchen, in irgendeiner Szene, ja, der das dann für uns bedient. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss auch wirklich sagen, dass sadomaduchistische Handlungen, und das wissen die allerwenigsten, ein eigenes Störungsbild im ICD-10 und DSM-5 bildet. Ja, ich mache euch hier die Einblendung. Das ist ganz wichtig. Sadomaduchistische Praktiken sind eine anerkannte Störung im ICD-10 und DSM-5. Dazu muss man sagen, dass Menschen aus der BDSM-Szene sich seit jeher dagegen wehren, sagen, hey, wir fühlen uns durch diese Diagnose stigmatisiert. Teilweise haben Interessenverbinde, sage ich mal, ja, Lobbyaktivitäten aus der BDSM-Szene dazu geführt, dass diese Diagnose ja eingeschränkt wurde oder in manchen Ländern sogar gestrichen wurde. Wir finden in den Diagnose-Kriterien, dass zumindestens aber sadomaduchistische Handlungen dann einen Krankheitswert haben, wenn man ansonsten keine sexuelle Befriedigung mehr erlangen kann. Das ist ganz wichtig. Wir müssen aber auch festhalten, dass gerade die Argumentation von vielen Menschen aus der BDSM-Szene immer und immer damit weiterzumachen jene ist, dass man ansonsten keine Befriedigung erlangen kann und dass man diese sexuellen Praktiken ja auch nicht ablegen kann, was übrigens ein Irrtum ist. Aber dazu kommen wir noch im Laufe des Videos. Wichtig ist es hier anzuerkennen, dass sadomaduchistische Praktiken ein anerkanntes Störungsbild sind. Warum ist das ein anerkanntes Störungsbild? Ist das nicht eventuell ein Fehler? Ist es nicht eventuell tatsächlich nur die Stigmatisierung sexueller Praktiken, die in der Normalgesellschaft im Mainstream nicht so fein angesehen werden? Naja, da muss ich erstmal sagen, von meiner persönlichen Meinung nach kann jeder machen, was er will. Ich bin der Letzte, der jetzt hier schambehaftet sitzt und sagt, wow, das ist ja alles ganz creepy, das muss krank sein, ja, da kriege ich die Schamesröte ins Gesicht und so weiter und so fort. Wichtig ist es aber anzuerkennen, dass BDSM, dass sadomaduchistische Praktiken aus einem ganz guten Grund einen Krankheitswert haben, weil sie entweder in aller Regel selbstschädigend sind, egal ob in körperlicher Art und Weise oder in psychologischer Art und Weise oder fremdschädigend sind. Es wird ja nicht einfach nur die sexuelle Vorliebe von bestimmten Individuen stigmatisiert oder kritisiert. Nein, es wird eine Facette dieser sexuellen Vorliebe, die deshalb einen pathologischen Wert hat, weil sie schädigend ist, weil sie selbst- oder fremdaggressiv ist, als solches eben anerkannt. Auch zum Beispiel die übermäßige oder, sag ich einmal, missbräuchliche Ausübung von bestimmten Sportarten kann zum Beispiel einen Krankheitswert haben, wenn man sich dadurch ganz, ganz schnell seinen eigenen Körper zerstört. Sowas gibt es. Oder auch falsches, übermäßiges oder zu weniges Essen kann einen Krankheitswert haben. Es geht aber ja nicht darum, einfach nur die kulinarischen Vorlieben oder Essgewohnheiten irgendwelcher Menschen zu stigmatisieren oder als krank zu bezeichnen, sondern es geht um bestimmte Ausprägungen und Facetten des Essens, des Sportes oder der Sexualität. Ja, und wenn wir Selbstschädigung haben oder Fremdschädigung haben, dann können wir durchaus verstehen, dass das einen Krankheitswert haben könnte. Jetzt werden natürlich einige aus der BDSM-Szene sagen, das weiß ich schon, Natürlich verstehe ich es, wenn wir extrem in die Schädigung gehen, dass zum Beispiel Blut fließt. Wir können uns das vorstellen, dass das dann krank sein soll, aber ein bisschen schlagen und so weiter und sofort oder erniedrigen, wie auch immer. Das ist doch nicht gleich krank. Naja, meine Lieben, cute but psycho, das muss nicht krank sein. Wir wollen natürlich die normalen Facetten und Spielarten unseres Menschseins nicht alle pathologisieren. Es ist natürlich ein Spektrum. Aber das, was kritisiert wird, ist eben der sadomadochistische Zug als abstraktes Gebilde. Das muss man sich ja einmal vorstellen. Man sieht ja dann, die sadomadochistische Praktik ist ja hier als abstrakter Faktor hervorgehoben. Und dieser abstrakte Faktor ist es eben, der die Abweichung bildet von der Normalität bis hin zur extremen Selbstschädigung. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen ist es völlig legitim, dass den abstrakten Faktor sadomadochismus als Krankheit oder als pathologisch zu definieren und zu bezeichnen. Daran ist nichts falsch. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich in aller Regel die Dosis sadomadochistischer Praktiken immer und immer weiter gesteigert werden muss, je länger man sie ausübt. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Man wird nicht mehr, wenn man das zehn Jahre macht, dadurch befriedigt sein, dass man mal einen Klaps erhält. Ja, und somit ist natürlich die Gefahr immer weiter in einen offensichtlichen Bereich mit Krankheitswert zu rutschen extrem hoch, meine Freunde. Wir finden in den einschlägigen Foren ja Diskussionen darüber, wie es denn mit dem Luftabschnüren aussieht und man aufpassen müsse, dass es hier nicht zu einem Tode kommt. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir Leute, die fragen, hey, wird man immer ohnmächtig, bevor man erstickt oder kann man auch ersticken, ohne ohnmächtig zu werden? Ja, dass solche Fragen überhaupt gestellt werden, sollte doch schon aufzeigen, dass das eventuell einen erheblichen selbstschädigenden Charakter hat. Die ganze Kiste, die hier gespielt wird. Wer also eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat und sich des Sadomadochismus, des BDSM bedient, um stellvertretend eigene Autoaggressionen, ja egal, ob in psychologischer oder in körperlicher Art und Weise zu befriedigen, sollte das meiner persönlichen Meinung nach wirklich sein lassen, wenn man auch nur ein geringes Interesse hat, seine Borderline-Störung im Laufe der Zeit auszubügeln. Da sollte man sich auch nichts vormachen, so nach dem Motto, hey, ich ritze mich nicht. Und es ist ja etwas ganz anderes, wenn jemand anderes mich schlägt oder wirkt oder erniedrigt, wie auch immer. Ja, das ist ein Selbstbetrug und diesen Selbstbetrug hier zu beenden, möchte ich anregen. Eine weitere Sache ist es, dass es völlig offensichtlich ist, dass unverhohlen Menschen mit Borderline in der BDSM-Szene, ja als, ich möchte einmal sagen, dankbares Opfer angesehen werden, schnell einen Sklaven, Sexualpartner und so weiter zu finden. Das, wenn ich es mal ganz prägnant sagen möchte, sehr, sehr häufig in der BDSM-Szene, natürlich immer abhängig von den einzelnen Individuen, mit denen man da gerade vernetzt ist und dessen Charakter, aber dass man allgemein sagen kann, dass Borderliner häufig die Dummen der BDSM-Szene sind. Hier habe ich auch eine private Nachricht schon einmal bekommen, ich glaube, es war auf Instagram von jemandem, der selber in der BDSM-Szene tätig ist und erzählt, dass auf den BDSM-Stammtischen ganz offen darüber gesprochen wird, ach ja, die Borderliner wieder, guckt sie euch an, aber nehmen wir sie mal her, dass wir mal schnell einen Sexualpartner, vielleicht eine attraktive Frau im jüngeren Alter finden können, das ist uns ja ganz recht, aber dass diese Menschen da ganz offensichtlich teilweise, ja teilweise, ich möchte nicht sagen, dass es immer so ist, aber teilweise, es kommt vor und es kommt erheblich vor, wie wir gleich sehen, ja, die dummen Sexopfer sind in dieser Szene, in bestimmten Zirkeln, zumindest in dieser Szene und da möchte ich anregen, darüber nachzudenken, ob man damit nicht ungewollt eventuelle Missbrauchserfahrungen, die in der Kindheit oder Jugendzeit passiert sind, wiederholt, ob man sich wieder in der Rolle des Missbrauchsopfers befindet, ohne es vielleicht zu checken in eigener Einwilligung, ja, aber wie wir es auch drehen und wenden, könnte man ja sogar sagen, und so funktioniert ja Missbrauch zum Beispiel in der Familie sehr, sehr häufig, ja, die Susi oder die Sabine oder der Frank, die haben ja damals schon eingewilligt, weil sie sich ja nicht gewehrt haben, weil sie anderen Familienmitgliedern nichts erzählt haben, das war ja alles im Einvernehmen, ja, so funktioniert Missbrauch. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir Leute auf einem BDSM-Stammtisch haben, ich möchte das wirklich hier nur anregen, darüber zu reflektieren, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden, die sagen, haha, ja, die Borderliner, die sind alle ein bisschen strange, aber da finden wir ja schnelle Sexpartner und so weiter und so fort nutzen, also dieses Störungsbild, da habe ich auch schon viele Videos zu gemacht, teilweise ja sogar aus zur Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse, den anderen mit seiner Störung ausnutzen zur eigenen Bedürfnis der Befriedigung, ob das nicht schon eine Missbrauchssituation ist. Jeder darf darüber selber reflektieren. Dass das ganz offen so gehandelt wird, dass man in der BDSM-Szene ganz offen weiß, dass Bodies da mal sehr häufig vorstellig werden, ja, und wie da auch teilweise darüber gedacht wird, finden wir sogar in öffentlichen Foreneinträgen zu diesem Thema. Ich mache euch hier eine Einblendung, was ja im Internet öffentlich in der zugehörigen einschlägigen Foren diskutiert wird, ja, wie man hier über Menschen mit Borderline spricht, zumindestens spekuliert. Ja, was ist da los, meine Freunde? Wenn du ein Mensch mit einer Borderline-Störung bist, allerhöchstwahrscheinlich weiblich, vielleicht auch männlich, reflektiere, ob du wirklich diese Rolle spielen möchtest. Möchtest du diese Rolle einnehmen, des Lämpchens, des Opfers? Wie gesagt, ich sage nicht, es ist immer so, ja, aber es kommt vor. Und es kommt ganz offensichtlich nicht nur selten vor. Ja, Freunde, ich habe auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Menschen mit Borderline laut Diagnose-Kriterien sogar, aber auch aus der Literatur noch einmal hier die Einblendung der Vollständigkeit halber, sowieso schon Probleme mit der Empathie haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mythos, dass Menschen mit Borderline eine sehr, sehr gute Empathie hätten. Fakt ist, das ist die Faktenlage aus der Fachliteratur, haben eine schlechte Empathie. Es gibt Studien, ja, checkt es euch rein, dass der Konsum von pornografischen Inhalten mit sadomadochistischen Inhalten nachweislich signifikant die Empathie der Zuschauer, der Konsumenten und die Hilfsbereitschaft für andere Menschen reduziert signifikant mehr als nur der Konsum normaler pornografischer Inhalte. Checkt es euch bitte rein. Also nochmal, der Konsum sadomadochistischer Inhalte reduziert das Mitgefühl, die Hilfsbereitschaft, die Empathie für seine Mitmenschen. Deswegen liegt doch bitte der Verdacht nahe, der Gedankengang nahe, dass wenn man selber eine solche Störung aus dem Borderline-Spektrum hat, wo nachweislich es zumindest ein Kant-Kriterium gibt für reduzierte Empathie und man dann auch noch diese Praktiken betreibt, dass das sich gegenseitig stabilisiert. Das ist keine Einbahnstraße. Eventuell neige ich zu diesen Praktiken, weil ich Probleme mit der Empathie habe. Vielleicht reduzieren aber diese Praktiken meine Empathie noch weiter. Und jeder hat ein Interesse, sollte ein Interesse daran haben, eine möglichst gute Empathie zu haben. Checkt euch da zu meinen dazugehörigen Videos rein. Ja und dass das alles keine Einbahnstraße ist, ist doch sowieso eine Erkenntnis, die so so wichtig ist. Wenn man mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, ich habe hier schon Einblendungen gemacht, dazu neigt, in die BDSM-Schiene zu gehen, ist es doch auch völlig klar, dass im Umkehrschluss der Aufenthalt und BDSM-Praktiken tatsächlich durchzuführen, wiederum die Borderline-Störung stabilisiert und ein Faktor ist, der einen davon abhält, Borderline zu überwinden. Das ist doch klar, das stabilisiert sich doch gegenteilig. Und deswegen kann ich immer und immer wieder nur die Empfehlung machen, wenn du jemand bist, der wirklich an sich arbeiten will, diese BDSM-Geschichte sein zu lassen, hinter dir zu lassen. Ich weiß natürlich, dass auch die Szene ja sehr eingeschworen sein kann, dass diese Menschen, die sich in dieser Szene befinden, ein Interesse daran haben, ja, Kritik abzuwehren, das für sich selber auch zu verleugnen, zu verdrängen und sagen, hey, da stimmt doch alles gar nicht, mir geht's doch super. Ja, und das, was der XY, dieser Typ, der gar keine Ahnung hat, da in seinem YouTube-Video erzählt, das ist doch alles Blödsinn, bleib mal bei uns in unserem Zirkel. Natürlich sind das teilweise eingeschlossene Gemeinschaften. Da sind auch Abhängigkeitsverhältnisse, ja, Abhängigkeit, das ist doch eine Sache, die liegt ganz nah, die liegt ja schon in, in der ganzen Geschichte vom BDSM sowieso begründet. Jemanden als Sklaven, als Untertanen haben oder halten. Natürlich, und natürlich sind das auch Interessengruppen, die psychologische Abhängigkeiten gegeneinander entwickelt haben. Und da soll natürlich keiner ausscheren, da sollst natürlich auch du nicht ausscheren. Wir werden natürlich wieder die betreffenden Kommentare auch unter diesem Video finden. Aber nochmal, ich bin hier nicht der Lobbyist für BDSM-Leute und das ist kein Video, in dem ich irgendwelche neuen, interessanten Praktiken vorstelle, sondern dieses Video mache ich für Menschen mit einer Borderline-Störung, die diese Störung überwinden wollen und nicht für irgendwelche anderen Leute. Mach dir das bitte klar, dass das auch Abhängigkeitsbeziehungen sind. Reflektier dich an dieser Stelle selber. Du wirst für dich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zugeben, dass du natürlich psychologisch abhängig bist. Auch von der Szene und von den Leuten, in der du dich befindest. Aber ein wahrer Freund sagt dir die Wahrheit. Es ist kein Zeichen von Freundschaft, dich aus eigenen Interessen in irgendwelchen Kreisen drinnen zu halten, sondern es wäre ein Zeichen wahrer Freundschaft, dir eventuell zu sagen, okay, ich muss zugeben, BDSM triggert natürlich eigen- und fremdaggressive Verhaltensweisen an. Du hast eine Borderline-Störung. Wenn du diese Borderline-Störung loswerden möchtest, dann ist es eventuell schlau, dich aus unserem Kreis hier zu entfernen. Meine Freunde, reflektiert euch selber. Ja, ich mache dieses Video nicht, um irgendjemanden zu stigmatisieren. Es muss aber erlaubt sein, Tacheles zu reden. Jeder kann gerne sexuelle Praktiken durchführen, wie er möchte. Aber er muss auch im umfangreichen Maße alle Seiten der Medaille beleuchtet bekommen. Es muss erlaubt sein, auch die andere Seite der Medaille als Fakten hier zu benennen in diesem Video, damit man sich überhaupt ein umfassendes Bild darüber machen kann, hey, was tue ich hier eigentlich? Ich denke, es gibt genug Material im Netz. Ich denke, wenn du ein Borderline-Betroffener bist und es sich in diesen Szenen auffällst, wirst du genug Pro-Material schon kennen, zur Verfügung haben. Hier ist ein Kontra-Material, das ich dir zur Verfügung stelle, deinen Standpunkt zu reflektieren und für dich eine letztlich, natürlich auch von mir nicht determinierte Entscheidung für dein eigenes Leben zu treffen. Meine Lieben, ich habe hier wirklich gute Gründe genannt. Gute Gründe, die Sache mit dem BDSM sein zu lassen. Insbesondere dann, wenn man eh schon eine Vorbelastung hat. Und ja, es mag Leute geben, die angeblich keinerlei Vorbelastung im eigenen Leben haben. Die angeblich es schaffen, Schlafzimmer oder Club zu 100% vom restlichen Leben zu trennen. Die sagen, hey, was ich da mache, beeinflusst ja gar nicht meinen Gesamtcharakter. Wobei ich das wirklich anzweifeln möchte, ist es denn wirklich vorstellbar, dass jemand sich erniedrigen lässt, ja, oder andere erniedrigt und das nicht prägend ist für den Gesamtcharakter und das somit dann nicht Auswirkungen hat, auch für andere Bereiche des Lebens, ja, für alle Bereiche des Lebens. Das halte ich doch wirklich für einen Witz, das anzunehmen. Meine persönliche Meinung. Und aus diesen Gründen, weil das alles ein Schweizer Uhrenwerk bildet, so wie alle Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung ineinander greifen, miteinander arbeiten, und man deswegen nicht in der Regel nur fünf Kriterien hat oder nur drei, sondern in der Regel sieben, acht, neun Kriterien alle zusammen hat, ja, so stabilisiert natürlich das Ausüben solcher sexuellen Praktiken die Borderline-Persönlichkeitsstörung zum einen und hat einen Einfluss auf das Gesamtleben, auf die Charakterprägung. Und abschließend möchte ich sagen, es stimmt nicht, dass wenn man einmal in dieser Szene ist, einmal diese Vorlieben hat, man dafür immer mit, ja, sag ich mal, belastet ist und deswegen immer weitermachen muss, wenn man überhaupt noch ein bisschen Spaß im Bett hat. Nein, man kann das umlernen und dieses Umlernen erfolgt häufig durch die Gesamtpersönlichkeitsentwicklung. Viele Menschen, die früher BDSM-mäßig drauf waren oder Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die sich entwickeln, was ihr eigenes Selbstbild anbelangt, die grundsätzlich autoaggressive Tätigkeiten reduzieren und das Bedürfnis zur Ausübung autoaggressiver Tätigkeiten verlieren, sind auch nicht mehr gewillt, haben eventuell dann später sogar einen Widerwillen dagegen, trotzdem autoaggressive Tätigkeiten durch einen Stellvertreter im sexuellen Bereich auszuüben. Und so geht nach und nach die Lust sogar verloren, BDSM-Tätigkeiten, sadomadochistische Tätigkeiten auszuüben und so ändert sich auch die sexuelle Präferenz. Das möchte ich euch sagen, das ist keine Sache, ja, die ich mir aus den Fingern sauge. Ich denke, ich habe das hier gut begründet. Ja, also habt auch Mut, denkt euch nicht, naja, jetzt muss ich für immer auf Sexualität verzichten. Will ich das wirklich oder zahle ich einfach den Preis und mache immer weiter? Leute, es ist natürlich nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen, aber man kann umlernen, man kann seine sexuellen Vorlieben ändern, vielleicht sogar mit einer Therapie, wie man das auch immer handhaben möchte. Aber es ist möglich und ich möchte jeden, das ist mein Appell, meine Meinung, meine Meinungsfreiheit, ja, möchte jeden dazu anregen zu überlegen, diesen Weg eventuell zu gehen. Meine lieben Freunde, ein polarisierendes Video, das wahrscheinlich maximal monetarisiert sein wird, sowie meine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Lebenshilfe. Wenn du mich trotzdem unterstützen möchtest auf meinem Lebensweg mit diesem ganzen YouTube-Projekt, hier werde sehr, sehr gerne Kanalmitglied, darüber freue ich mich von Herzen. Abonniere natürlich diesen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Abonniere auch den Kanal, wenn du ein von Borderline betroffener bist und etwas gegen deine Störung machen möchtest. Wir machen hier Persönlichkeitsentwicklung auf Augenhöhe, nicht gegen Menschen mit Borderlinern, sondern mit Menschen mit einer Borderline-Störung. Wir haben hier auch eine breite Community von Borderline-Betroffenen, die schon viel an sich gearbeitet haben, die maximalen Therapie-Progress schon gemacht haben. Auch Betroffene, die sich von der BDSM-Szene abgewendet haben, werd gerne Mitglied, abonniere gerne diesen Kanal, werd gerne Kanalmitglied. Und für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, ja, für die sachliche Aufnahme und Toleranz, ja, es aushalten zu können, dass hier auch jemand mal eine Kontrameinung vertritt. Und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.